Hi, ich bin Maike, ich bin 21 Jahre alt, bin Schwimmerin und studiere Psychologie in Fotsdam. Und sonst so? Ich schwimme schon so eine Menge. Aber du schläfst viel? Ja, ich schlafe viel und esse unwahrscheinlich gerne. Du isst gerne? Ja, ich esse gerne. Und was besonders? Ähm, Sushi. Aber Spaß beiseite. Im Moment bereite ich mich auf die diesjährige WM vor, aber ganz klar im Fokus steht natürlich Rio 2016. Das Deutsche Bankstudentium würde mir helfen, Sport und Studium noch besser unter einen Hut zu bekommen. Deswegen würde ich mich wirklich über jede Stimme von euch freuen. Wählt doch bitte mich.